In der Hektik des Alltags vergessen wir oft, die Schönheit um uns herum wahrzunehmen und auch mal den kleinen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. All Walks, übersetzt Ehrfurchts Spaziergänge, sollen uns dabei helfen, zufriedener und dankbarer zu sein. Die Methode ist einfach und jederzeit anwendbar. Wähle eine Umgebung, die dich anspricht, egal ob in der Stadt oder mitten in der Natur. Schalte das Handy aus oder mache es auf Flugmodus und öffne deine Sinne für das Erlebnis. Gehe langsam, um die Umgebung vollständig aufzunehmen. Beachte neue und interessante Aspekte deiner Umgebung. Anschließend kannst du deine Impressionen reflektieren. Manche schreiben ihre Erfahrungen gerne auf, andere bevorzugen den stillen Gedankengang. Forschungen zeigen, dass All Walks das Wohlbefinden steigern und Stress lindern können. Auch Dankbarkeit und Mitgefühl können dadurch gestärkt werden. Ein Schritt nach draußen kann also einen großen Unterschied machen.